Vielleicht geht der wieder raus. Cage ist so ein Penner. Ja, ich würde sagen, wir suchen uns mal einen anderen Eingang zu dem Scheiß hier, weil das ist ja wirklich die Abfüllanlage. Ah, das war nur eine Abfüllanlage. Hier vorne war irgendwie dieser Schwanenscheiß, ja. Die Welt der Erfrischung. Aber das Gelände scheint ja trotzdem noch größer zu sein, deswegen würde ich gerne nochmal gucken. Really? Deine Big Mom ist schon down und du willst jetzt hier sterben? Obwohl du die Big Mom werden könntest? Das ist doch Verschwendung von Lebensenergie. Naja, wir haben ihn mal wieder runter, DBS, mit der einzigartigen Knarre. Oh, Infusionscan weniger. Erstmal die Lampe anschmeißen. Wird wir noch mehr Strom verbrauchen. Konsumgesellschaft. Really, Gage? Da wäre ich auch zur Seite gegangen, bei dem blösen Blick gerade. Okay. Also ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, wenn wir in die Richtung nichts mehr finden werden von der Fabrik. Deswegen gehen wir nochmal in die Richtung, versuchen frontal nochmal ein bisschen zu sichern. Kann auch sein, dass das der Letzte war, wenn wir wirklich wieder alle ausschalten müssen, was ich für Schwachsinn halte. Aber dann geben wir die Nuka-Abfüllanlage direkt mal an die Jünger tatsächlich, damit jede Fraktion eins erstmal hat. Und dann schauen wir mal. Ich würde gerne da hoch. Aber ich befürchte, ich brauche noch ein paar Sekunden. Dann gehe ich lieber hier hoch. Das scheint mir sicher. Wobei, das schaffen wir. Oh, das war aber... Na, knapp war das nicht, aber das war es schon. Ne? Ja, dann gehen wir nochmal erneut durch die Welt der Erfrischung, weil ich glaube, so einen richtigen Ausgang haben wir nie gesehen, weil wir die Verzweigung Richtung Seite genommen haben. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir da rauskriegen können. Oh, fuck. Oh, oh, fuck. Ich bin gerade am überlegen, was es noch Neues bei mir gibt. Ich versuche ja ein bisschen mehr auf so ein VOD-Format zu gehen mit meinen Videos auf, ein bisschen mehr zu plaudern. Ich meine, ich rede ja nicht zu wenig, denke ich. Wisst ihr? Experte. Die hatten wir doch hundertprozentig schon offen. Jetzt im Ernst, hier geht es doch in diese Scheiß-Hintergrundbereiche. Hier waren wir doch schon drin. Really? Oh, mein. Okay, ganz langsam. Links. Ich meine, ist doch nicht so kackenschwer. Ja, wie gesagt, hier waren wir schon. Den Scheiß haben wir schon gelesen. Hier lang waren wir auch schon. Ich würde einfach nur gerne zum Ausgang abkürzen. Ich meine, hier waren wir das letzte Mal. Und jetzt reden. Wir sind echt alle von diesen Tussis durcheinander. Genau, und hier sind wir letztens noch draußen. Ich würde aber gerne die normale Strecke mal fertig machen. Ich glaube, da kommen wir am besten hier rüber. Hin. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Hier waren wir anscheinend auch noch nicht. Die Noka-Cola-Welt. Hier will ich erstmal gar nicht lang. Aha, und Gage ist sich wieder am Kloppen da draußen. Waren wir hier schon? Lass mich doch mal überlegen. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Produkte. Ja, das überrascht mich jetzt, dass ich den Gang hier nicht einmal irgendwie geblickt habe. Na gut, dann können wir vielleicht doch noch was herausfinden zu dem Container. Ich habe doch gesagt, man kann bestimmt was mit diesem Scheiß-Container machen. Pass auf, wir haben den eh schon gelesen. Das kommt mir gleich alles bekannt vor. Und hier hat sich einfach alles resettet während der letzten Aufnahme. Beliefs, Kacke, Kacken. Auf Subsysteme zugreifen. Aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht hergestellt werden. Bitte verwandeln. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Welche Sicherheitstür? Die jetzt unten, oder? Vor allem stand da verriegelt. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo sich hier was geöffnet haben könnte. Außer die Tür. Und die ist immer noch zu. Aber ich weiß ja jetzt, wie ich wieder da hochkomme. Das ist schon mal... Vor allem hier sind wir eben noch... Wir standen eben noch vor diesem Scheiß-Mixer und sind nicht weitergekommen. Das ist doch unglaublich. Vielleicht waren hier die Türen zu. Lohnt es sich, Teile zum Verkaufen abzubrechen? Ne, ich kann mich an die Aggresse-Trons erinnern. Aber wir nehmen trotzdem alles mit. Nein, 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 hier waren wir das das Außengeländer, hier wollte ich gar nicht lang. Schlag mich tot, oh man. So Blumen sehen ganz schön traurig aus, ja. Die eine sieht richtig traurig aus. Die andere sieht fresh aus, ja. Die hat so einen kleinen Mini-Bruder. Der schießt gerade so aus der Erde, aber die andere, die hängt da oben nicht gerade auf eins. Naja. Genug von den Blumen. Ich gucke gerade mal auf mein Handy während der Ladezeit. Weil ich echt bessere Sachen machen könnte. Ähm. Ladezeiten sind so ein Ding. Ich weiß gar nicht, warum es die noch gibt, ja. Sag mal, die ganze Zeit höre ich Kampfgeräusche und jetzt stehst du plötzlich vor meiner Fresse und meinst mich angreifen zu müssen. Das ist doch verarsche. Wir haben den eben eine Stunde oder so gehört. Da will ich rein, verdammt. Ja gut, ich denke. Da unten finden wir nichts mehr. Aber wir haben noch mal ein paar Gegner platt gemacht. Das könnte uns auch zugutekommen. Dann gehen wir jetzt mal. Da war eine New Carcola. Ähm. Da lag ein Buch. Ach, verbrannt es. Ich hab gedacht, wir kriegen wieder was Cooles. Aber nein. Nochmal waren wir hier schon. Oh. Ich glaub, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Aber hier, das müsste ja der normale Weg sein. Wenn wir auf diese Alien-Meile zukommen. Okay, das ist ein Astronaut, ein Alien. Aber ich dachte jetzt, das wäre richtig. Äh, was ich interessant fände. Ob wir den da klauen können, um die eine Quest mit den komischen Spakonauten fertig zu machen. Verpasst euch doch. Was wollt ihr überhaupt von mir? Ihr könnt doch eh nichts. Ich bin nicht eure Mama. Also geht weg. Und hier ist minimal laut. Aber ich glaube, das liegt an meiner Mikrofoneinstellung. Da fahren die ja echt an der Scheiße vorbei, ja. Ja, schauen wir mal, wo es lang geht. Ich glaube, das ist so der Jackpot, den wir hier finden konnten. Ich mein, wir haben so eine Rüstung ja schon mal gesehen. So ist es nicht. Ne, gar nicht. Wir haben das Konkurrenzmodell gesehen. Von Fyss, oder wie du Scheiß heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will auch mal die Teile. Drei Beweglichkeit, wenn alle ausgerüstet sind. Alter. Nehme ich. Damit sind wir überladen, aber... Warum mache ich das eigentlich? Der Jeff ist wieder ganz, ganz schlau. Ich will dir ein Befehl geben, du Lappen. Es ist doch E gedrückt halten, oder so. Oder Q gedrückt halten? Ne, Q gedrückt halten ist zwar der... Ich meine, ich gebe Ihnen ein Befehl. So, jetzt mach das. Geh da rein. Ich bin der Oberboss. Schwinge an den Arsch. Jetzt geh da rein, Gage. Mein Gott. Du willst das doch auch. Ne Nuka-Rüstung. Geh drück. Ist doch mal ein Plan. Ja. Okay, Boss. Okay, Boss. Ich glaube, ich mag Gage. Allein, dass er uns die ganze Zeit Boss nennt. Das macht mich schon ein bisschen scharf, ja. Aufgepasst. Komm her. Hier. Okay. Hier. Na klar doch. Sag mal, der teast mich aber gerade ganz schön, ja. Geh da rein. Ja, ja, mach ich. Kein Problem, mach ich. Nein, Chef, alles klar, mach ich. Nuka-Cola zu schaffen. Du bist der Oberboss. Dorthin. Ist doch mal ein Plan. Geh doch rein. Okay, da komm ich echt nicht hin. Ja, du bist ein Idiot, Gage. Na gut. Dann will ich hier mal die Rüstung rausparken. Eine von mehreren Funktionen zu finden, in denen Nuka-Cola hergestellt wird. Bam, Junge. Erstmal einen Kern reinknallen. Das könnte sich vielleicht lohnen. So, dann. Vielleicht, weil die keinen Kern hatte. Ne, da war ja ein Kern bei in der Rüstung. So, Gage. Enttäuscht mich nicht. Aufgepasst. Geh da rein. So. Wenn ich mich jetzt umdrehe und der ist nicht da drin, ne? Dann spuck ich gegen den Bildschirm. Und zwar genau auf Gage, aber... Sieht ein bisschen Schleichwerbungsmäßig aus. Wow, ich kann das auch. Hör mal auf damit. Holy. Ach, hier sind wir. Dann müssen wir doch da lang. Aber wie konnte ich denn die übersehen? Ich glaube, wir sind danach da rein und von der Tour abgewichen. Na gut, dann machen wir die Tour jetzt mal zu Ende. Ich meine, irgendwann muss ja auch mal gut sein. Nuka-Cola. Ach, hier war die Tour zu Ende. Ja, ich kann mich erinnern, weil der Eingang war ja von außen auch kaputt. Ja, das macht Sinn. Okay. Du siehst so dämlich aus, Gage. Du siehst so unglaublich dämlich aus. Naja, dann nehmen wir mal unseren Spezialausgang und versuchen uns aufs Dach durchzuschlagen. Ich meine, das Dach müsste ja jetzt hier links links sein. Links. Quantum enthält...